Popping bottles in the ice, like a blizzard Hallo meine Hübschen, ich bin es mal wieder. Ja, ich habe heute eine Review für euch. Und zwar handelt es sich dabei um das Clearasil. Daily Clear Refreshing Waschgel enthält Vitamin B3 sowie Himbeer- und Cranberry-Extrakte. Das habe ich mir mal gekauft beim Neam. Ich habe es euch, glaube ich, auch mal in einem Haul gezeigt oder bei Rossmann. Ist auch egal, wo auch immer ich es gekauft hatte. Auf jeden Fall habe ich es eine ganze Zeit lang jetzt getestet. Und eine Freundin meinte schon vorher zu mir, dass Clearasil totaler Schrott ist, weil es Pickel verursacht. Ich wollte das natürlich nicht glauben und habe es selber ausprobiert, weil ich der festen Überzeugung war, dass es bei mir ja anders sein wird. Weil es ist ja so, es ist ja von Typ zu Typ verschieden. Und deshalb war ich dann auch dieser Ansicht, dass es bei mir anders sein wird. Und ja, ich habe es dann halt einfach getestet. Und mir ist dann einfach aufgefallen, dass es überhaupt nicht so ist. Durch dieses Waschgel habe ich total die trockene Haut gekriegt. Besonders hier in dieser Partie hier und da auch. Und ich habe Pickel gekriegt. Teilweise habe ich die Pickel jetzt immer noch. Ich bin die aber schon gut am Behandeln, also dass die weggehen. Auf jeden Fall kann ich euch nur von diesem Clearasil Waschgel abraten. Ich meine, wenn ihr Lust habt, nochmal irgendwie in der Pubertätszeit zu sein, wo ihr Pickel haben wollt, dann kauft es euch. Aber ich persönlich rate euch wirklich davon ab, weil es nicht so toll ist und es halt Pickel verursacht. Und ich denke mal, die anderen Clearasil Produkte werden auch totaler Sprott sein. Ich meine, ich hatte früher mal was von Clearasil, das war auch wirklich gut. Aber das ist schon etliche Jahre her und die scheint die Rezeptur so arg geändert zu haben, dass man da vom Pickel kriegt. Und sowas ist, finde ich, nicht notwendig. Und es ist natürlich jetzt ziemlich ärgerlich, zumal es das Produkt nicht als Probe gab, sondern nur als Originalprodukt, was natürlich jetzt sehr blöd ist. Aber ja, ich möchte es jetzt auch nicht wegwerfen. Ich werde mal schauen, dass ich damit anstellen werde. Zunut mache ich hier einfach so nach vorne die Sicherung aus, weil wenn man so macht, ist es zu und so ist es offen. Und auf jeden Fall kann ich das sonst ja auch so pumpen und kann das im Waschbecken runterspülen oder so. Weil ich möchte das auf gar keinen Fall weiterreichen und ich glaube, das möchte auch gar keiner haben. Von daher wird das wegkommen. Es war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich glaube, es hat was mit 2 oder 3 Euro gekostet. Genau kann ich euch den Preis jetzt aber nicht nennen. Auf jeden Fall kann ich euch, wie gesagt, davon nur abraten. Ich weiß natürlich nicht, es kann auch sein, dass es welche gibt, die jetzt vertragen. Also ich persönlich vertrage es ja nicht, sonst hätte ich ja keine Pickel gekriegt und keine trockene Haut. Um das Ganze in mein Gesicht zu kriegen. Also ich habe mein Gesicht angefeuchtet, weil das soll man ja machen. Ist bei Waschgel ja normal. Und dann habe ich ja dieses Peeling-Pad von Ebelin, was man sich so zwischen zwei Finger klemmt und dann geht man damit ja so. Und ja, auf dieses Pad habe ich mir dann halt was von dem Waschgel draufgegeben und habe das so in mein Gesicht so einmassiert und dann hinterher mit Wasser abgespült, gründlich. Und dann ist mir das halt am nächsten Tag aufgefallen, dass meine Haut da an den Partien total trocken war. Und das finde ich total blöd. Weil sowas braucht man einfach nicht. Und ich werde mir auf jeden Fall keine Klerazil-Produkte mehr nachkaufen. Das war das letzte Mal, dass ich was von Klerazil hatte. Und ja, diese Marke ist definitiv nichts für mich. Und ja, ich würde sie halt links liegen lassen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Review gefallen und ihr schaltet mich beim nächsten Mal wieder ein. Tschüssi! Tschüssi!